Hallo zusammen, heute sage ich euch, wie man dem Team einfach so mit Alpha Kanal Bildeffekte erzeugen kann. Also wir beginnen einfach mit einem neuen Projekt, Datei, Neu und die Breite haben wir schon, die Höhe ab, dann drücken wir auf OK. Jetzt könnten wir einfach loslegen mit diesem Werkzeug, können wir einfach unser Text so schreiben. Also wir schreiben den Text hier. Jetzt haben wir schon geschrieben, die Schriftart können wir einfach hier aussuchen, was wir da haben wollen. Wir wollen zum Beispiel Georgia haben, dann gucken wir wo Georgia ist. Oder wir wollen diese Schrift zum Beispiel haben, dann haben wir schon. Und Sie können auch aussuchen, was Sie da haben wollen. Also es gibt sehr verschiedene Modelle, verschiedene Arten und dann suchen Sie sie. Die Schriftflöße können Sie einfach hier größer machen und von daher einfach so drauf drücken und dann haben Sie schon was. Also und die Farbe können Sie einfach auch hier drücken und dann gucken Sie welche Farbe euch am besten so gefällt. Und dann wenn Sie schon die Farbe gefunden haben, dann drücken Sie sie drauf und zum Beispiel diese Farbe nehmen wir. Und wie gesagt, wir haben schon alles die Ausrichtung. Hier ist links, rechts oder zentriert könnten wir auch haben. Mit dem Werkzeug können wir auch genau positionieren, wo wir unser Text haben wollen. Also links, rechts, ganz oben, zentriert oder nochmal genau richtig positionieren, wie wir haben wollen. Mit dem Werkzeug können wir einfach skalieren. Ich zeige euch mal, was man damit erreichen kann. Also Sie skalieren einfach den Text. Und wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie einfach auf OK. Sie sehen schon, da drücken Sie auf OK, dann haben wir sowas. Also mit dem Werkzeug können Sie auch drehen. Also drehen können Sie schon. Und von daher hier, momentan wollen wir nicht drehen. Ich wollte auch nur demonstrieren, was man machen kann. Und dann wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie auf OK. Momentan wollen wir nicht. Oder Sie können auch hier den Text scheren. Dann machen Sie auch genau so. Und dann könnten Sie einfach so scheren. Aber eigentlich wollte ich nicht meinen Text scheren. Und ich wollte einfach nur demonstrieren, was wir damit erreichen könnten. Also wir drücken auf. Und wir heben einfach unsere Auswahl einfach auf. Was wir eben gemacht haben. Jetzt gehen wir auf die Ebene. Und da drauf drücken wir einfach Auswahl auf Alpha Kanal. Der Text ist markiert. Dann suchen wir einfach eine Farbe, die wir einfach ausfüllen wollen. Diesen Wegzeug fühlen. Dann drücken wir drauf und auf die rechte Taste kommt sowas. Und dann suchen wir eine Musterfarbe hier drauf. Dann könnten wir einfach zum Beispiel diese Farbe Java. Wir haben verschiedene Modelle hier. Also wir suchen einfach was und so am besten was. Also wir können auch diese Farbe haben. Das ist auch super gut. Und von daher wenn wir fertig sind. Dann drücken wir auf Auswahl und nichts. Also momentan wollen wir einfach weiter bearbeiten. Indem wir zum Beispiel die Rente einfach so abschrägen können. Und wenn wir fertig sind. Dann könnten wir einfach weiter bearbeiten. Wie wir das haben wollen. Auch den Hintergrund können wir auch bearbeiten. Und wir können auch verschiedene Arten von Sachen so erzeugen. Ich zeige euch auch wie man auch ein bisschen Licht und Schatten so erzeugen kann. Dann gehen wir auf Filter, Licht und Schatten. Dann zum Beispiel Schatten erzeugen. Dann haben wir so ein Menü. Und dann könnten wir ein bisschen die Schatten anstellen. Da haben wir schon. Und wie Sie gesehen haben. Dann finden Sie auch tolle und verschiedene Modelle einfach hier. Wir können auch zum Beispiel auf Altbildung einfach diese Bummel erzeugen. Und von daher suchen wir einfach wo unser Bild ist. Also ich hoffe das ist das hier. Dieses Bild hier. Dann könnten Sie einfach hier machen. Einfach so verschieben. Und dann gucken Sie mal was. Sie können auch hier einstellen. Zum Beispiel Signus vor mir. Und dann könnten Sie einfach gucken. Ja Sie sehen schon hier. Was wir erreichen können. Also ein bisschen was können wir auch da erreichen. Also. Und die Tiefe können wir auch hier einstellen. Und Sie sehen schon. Wir haben zum Beispiel ein bisschen Tiefe hier erreicht. Und wenn wir fertig sind. Dann könnten wir einfach auf OK drücken. Und wichtig dabei ist immer dass wir genau suchen wo unser Bild ist. Das ist sehr sehr wichtig. Also wenn Sie zum Beispiel ein anderes Bild so aussuchen und auswählen. dann wird es einfach anders sein. Und es wird. Die Bewegung wird einfach anders. Ja. Sie werden einfach anders haben was ihr normalerweise haben wollt. Also sowas haben wir. Und jetzt könnten wir einfach den Hintergrund bearbeiten. Indem wir zum Beispiel. Wir können auch ein bisschen Weitzeichen oder Bewegung oder Bewegungschelfer einfach Tränen auch haben. Und ja. Wichtig dabei ist dass wir immer diese Linie hier erstmal drücken. Und dann OK. Dann haben wir einfach sowas. Wie Sie sehen. Und mit dem Hintergrund können wir auch bearbeiten. Also Auswahl Next. Das haben wir schon erreicht. Und wir können auch den Hintergrund bearbeiten wie wir das haben wollen. Und dann können wir auch hier drauf drücken. Und hier auf Hintergrund. Wir können auch mit dem Hintergrund eine Farbe so ausfühlen. Wie wir die selbe Farbe auch. Oder eine andere Farbe wie wir das haben wollen. Also wir fühlen zum Beispiel die selbe Farbe. So sieht es aus. Und wie möglich. Wir wollen diese Farbe nicht. Wir wollen zum Beispiel eine schwarze Farbe hier haben. Dann drücken wir da drauf. Dann drücken Sie. Ups. Ich habe hier was vergessen. Dann drücken Sie erstmal hier hin. Und dann kommen Sie da. Und dann haben wir sowas. Also mit dieser Farbe haben wir das Gefühl. Sie können sagen. Ne. Diese Farbe passt nicht so gut. Und dann können wir auch nochmal ändern. Also wir haben fähig die Möglichkeit. Ich will für euch geholfen zu haben. Und freue mich auf das nächste Video.